Die Pfingstsequenz Veni Sancte Spiritus ist ein lateinischer Messgesang, mit dem die gläubige Gemeinde den Heiligen Geist um Beistand bittet. Sie erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes an Pfingsten und an die Gaben des Heiligen Geistes. Der Text der Sequenz wird Steffen Lenken zugeschrieben. Veni Sancte Spiritus gehört zu den vier Sequenzen, die nach der Liturgiereform durch das Tridentinische Konzil beibehalten wurden. Das Gotteslobe enthält den lateinischen Text und eine Kontrafaktur mit einer Übersetzung von Maria Luise Thurmeier und Markus Jenny. Die Pfingstsequenz hat ihren obligatorischen liturgischen Platz in der Heiligen Messe am Pfingstsonntag nach der zweiten Lesung. Vor dem Ruf vor dem Evangelium. Die Sequenz kann in Ländern, in denen Pfingstmontag ein Gebotener Feiertag ist, in der Heiligen Messe am Pfingstmontag nochmals gesungen werden. Text der Pfingstsequenz Singt man die Sequenz nach dem Ruf vor dem Evangelium, schließt man mit Amen, Halleluja. Weitere Vertonungen Der Text wurde von Komponisten verschiedener Epochen vertont. Nachfolgend eine Auswahl. Jack Bert hier Veni Lumen William Byrd Veni Sancte Spiritus Morten Lauritzen Veni Sancte Spiritus als Teil des nicht-liturgischen Requiems Lux Eterna Wolfgang Amadeus Mozart Veni Sancte Spiritus Hier handelt es beim Text jedoch nicht um die Pfingstsequenz, sondern um das Pfingststorfertorium. Uges Braulins O Lux Bitesima Mutten für Cora Cappella Heinrich Schütz Veni Sancte Spiritus Ludger Stühlmeier Komm herab, o du heiliger Geist Adrian Willert Veni Sancte Spiritus Christian Heidenbauer Komm herab, o heiliger Geist Siehe auch Pfingst Hymnus Veni Creator Spiritus Rames Da ist es diriglich um das Pfingst Diriglich um das Pfingst Irre